Daheim ist daheim. Willst du das wirklich tun? Ich bin eine ziemliche Katastrophe. Ich glaub, dann nehmen wir uns nicht so viel. Heißt das, dass du sie nach Kanada mitnimmst? Ich hab's nicht gefragt. Ich würd total gern mitfahren. Also wenn ich jung war und seid jetzt so wie du, ich würd wahrscheinlich gleich mitfliegen. Ich glaub, der Flori, der will mich nicht dabei haben. Hat er das gesagt? Nein, oder nicht. Aber ich frag ihn nicht. Ich würd in der Zeit wirklich gern sehen. Am liebsten würd ich die einfach mitnehmen. Aber... Aber was? Ich hab das Gefühl, das würd nicht dauern. Was? Ich hab das Gefühl, du würdest mich nicht dabei haben. Die Pinne kommt nach Kanada! Hey! Da heim ist daheim. Da heim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kann's einem jeden Menschen fragen. Wer will dich anschauen und dir sagen. Da heim ist daheim. Da heim ist daheim. Da heim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Da heim ist daheim. Tak, da gibts daheim.